Hallo, ich würde gerne schlafen. Ja. Ja, ist schon wieder fast morgen, ich weiß. Die Kämpfe gegen Benevodona dauern halt. Oh, Glückwunsch. Roulette überlegt. Doch, speichern, ja. Tada. Mein Wunschkind. So. Such mir noch einen Händler. Ach ne, die Händler haben ja zu, ne? Tagsüber. Normale Händler gibt's nicht. Weg da. Omi. Weg da. Oh. Warte. Flieg halt weiter. Trinken. Wünschte, ich könnte hier lachen. Ups. Nicht da, aber da unten. Bin allein. Ich glaube, hier hatten wir letztes Mal schon gesucht, aber irgendwie. Geht das hier nicht so das Richtige, ne? Bob. Voll süß, Stufe 6. Weg da. Muss hier durch. Da geht's nicht lang. Oh. Guck mal, der Baum hat ein Gesicht. Ah, voll das Gesicht. Technische Frage, wie flägt man die Emoji-Wall in den Streamline, weil mir fützt das einfach nicht. Ja. Nutzt du OBS oder was anderes? Ich hatte bei mir einfach bei Quellen auf Browser dann den Link eingefügt. Und dann hat's funktioniert. Kommi-Programm. Vielleicht benutzt OBS-Studio. Den von Streamlabs. Müsst du jetzt selber gucken, wo der ist, aber Streamlabs gibt dir eigentlich einen Link. Ach so, du hast das. Die Erbaut wohl woanders her. Ach, ich will das nicht. Plupp. Boah, Stufe 7. Krass. Ich hab das Gefühl, wir sind richtig. Mietzitazis. Hi, was geht? Es sind gerade ein paar neue Waffen reingekommen. Kann ich euch, Mietz, etwas behilflich sein? Ja, natürlich. Ja, natürlich. 14.000. 18.000. Alles klar. Unsere Walküre brauchen natürlich einen Walkürensperr. Nimm ihn dir. Ultima-Flegel, ja geil. Oh, schön. Was für ein Unterschied. 24, 26. Ich guck mal nach Rüstung. Ne, erstmal nicht, danke. Ich habe einige neue Miausrüstungsgegenstände im Angebot. Habt ihr schon von Peda im Dschungel der Visionen gehört? Westlich der Insel Beuka. In dieser Stadt soll es die beste Miausrüstung geben. Dschungel der Visionen? Ich weiß nicht mal, wo die Insel Beuka ist. Peda ist ein Miaus-gewöhnlicher Ort. Schaut es euch doch mal an. Braucht ihr in der Zwischenzeit irgendwas? Weiß ich noch nicht. Wie teuer ist denn deine Rüstung? Okay. Es geht. Es geht. Toll. Macht nicht viel Unterschied. Einen. Nehm die Robe mit. Und das Abendkleid. Ne, Valkyrenpanzer. Ja. Okay. Das ist wieder ein Unterschied. Einen. Ne, komm. Ignorier das jetzt. So. Das heißt. Das war die falsche Taste. Ich habe... Neue Rüstung. Können wir Jut hier brauchen. Nächste Person. Für dich habe ich auch nur Rüstung. So. Aber für dich habe ich auch eine neue Waffe. Können sie dir. Dazu noch ein Valkyrenpanzer. So. Gut. Jetzt speichern. Das wäre schön, oder? Stufe 36. Ja. Ich glaube, wir sind richtig Edelsteintal. Öööö. Das muss der Erde sein, ne? Was macht man denn hier für Schaden? Wind? Ich würde hier eher behaupten, würde er das effektiv gegen Wind und nicht Wind und gegen Erd. Hm. Ähm. Spannend. Geht's hier weiter? Ah, ja. Krass. Ist das eine Höhle? Ne, es sieht nur so aus. Der Boden irritiert mich. Noch mehr Edelsteine? Ich habe hier ein paar gefunden. Ich habe hier ein paar Lords, oder? so beim nächsten speicherpunkt mache ich übrigens auch so dauert wahrscheinlich eher noch bis wir gehen könnten hat sie nicht gesagt wenn man abwarten hey da habe ich gesagt böse und gemein bin ich also wasser ist effektiv gegen feuer feuer effektiv gegen luft luft effektiv gegen erde und erde effektiv gegen wasser oder das ist der kreislauf gut licht effektiv gegen dunkel und dunkel effektiv gegen licht aber das lassen wir mal außen vor die falsche person ausgerüstet ist ja ekelhaft das erklärt natürlich einiges wo ich nicht mehr steuern gute kiste so ich wollte mal eben kurz hier rein in mein lager sternkraut weg hey wenn ich bin ich ich gerne neue schokolade so diesmal nämlich heilkraut mit und nüsse ich habe keine nüsse mehr ich muss demnächst wieder shoppen gehen so und dann einmal heilen bevor ich weitergehe und sterbe das wäre nicht gut jetzt wo ich so den richtigen weg hier halbwegs gefunden habe wollen wir es doch nicht riskieren zu sterben das wäre doch ungesund attacke oh oh ach du bist das oh gekappt tot? cool kann ich ja in ruhe heilen identisch die 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 warte die 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 dieie die 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 selle rot , dann habe ich ein Problem dass auch ein unterschleim humanos ich hoffe einfach das ist nicht りmo dann habe ich ein Problem pers hai es ist echt Hasta es ist echt einfach ach du Tja. Aotake. Und einfach weiter angreifen du machst das bärbel zauber einfach zauber was das zeug hält und weiter und ich sollte heilen ich finde ja diesmal wieder ein speicherpunkt das wäre doch schön das gefühl geht es immer weiter nach unten 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 bis zum erdkern was passiert online du bist nicht tot genau das richtige ich frage mich wann wir uns noch mal entwickeln können bestimmt bald hat etwa vorhin gesagt Mist. Böse Eidbott. Attacke. Pam. Ta-da. Oh oh. Nein. Richtig in Ruhe, greift die anderen an. Uh. Tada. Uh, ne Kiste. Oh nö. Glückabend. Wieder ein Oberschleim. Ninsch. Ich krieg das hier nicht. Das. Nee. Mensch, Bärbel. Lass mich dir Befehle geben. Schau auf dich zu weigern. So. Das klang jetzt falsch. Gewonnen. Oh Mist, ich sollte heilen, ne? Ja. Vorher heilen sollen. Ich schaff das. Hier ist es fast so hübsch wie ein Weihnachtsdorf. Aber nur fast. Nichts übertrifft Weihnachtsbäume. Die sind so schön bunt. Und es gibt Schnee. Okay. Ach, Bärbel schon wieder keine Befehle geben. Sie weigert sich. Äh, bin ich hier richtig? Scheint so, ne? Okay. 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 Rops. Ich glaube es ist ungünstig, dass ich hier unten stehe. Oh nö, ist okay. Nein. Der eine Gegner wurde nach oben geschleudert. Der ziemlich ignoriert. Na dann. Tadaaa. Uh, Level Up. Geil. Uh, Kiste. Oh, noch ein Level Up. Yeah. Ach komm, wir haben ein bisschen Glück. Nee, ich darf nicht. Wenn du. Alle kriegen ein Level Up. Außer Naira. Ja. Naira bleibt sitzen. Auf ihrer 31. Aui. Oh, ich bin vergiftet. Vergiftet! Tadaaa, ich hab mein Level Up. Und es geht immer noch weiter runter und runter und runter. Aber hey, es gibt nur einen Weg nach unten. Das ist doch praktisch, oder? Mit 31 noch sitzen zu bleiben ist schon hart. Ja. Was weckt, dass das Schulsystem das mitmacht? Oh Mann. Achso, die Gegner sind, glaube ich, kaputt. Tada! Oh, Kiste. Nö! Kaisertruhe. Mimikry! Nimm das! Was? Hast du überhaupt Schaden? Jo. Attacke! Drauf da! Aua! Du magst schon Mimikrys. Traunhafte Erfindung. Du magst Mimikrys? Warum? Nein, die sind nicht lustig. Man freut sich über Loot und zack, gefressen! Rann ist makaber. Bös und gemein. Ich will doch nur mein Loot. Ich will doch nicht von der Mimikry die Hand abgewissen bekommen. So, geheilt. Weiter geht's. Und... ... ...